Hallo Leute, zurück bei einer Runde Lucky Survival Games. Zusammen mit Arn! Arn! Und Pixel Spass! Tag! Tag auch! 11 Sekunden Lucky Survival Games, ey! Guck mal, Wasted sucht eine Freundin! Ja, also jetzt, wenn ihr jetzt auch einen Freund sucht, dann... Oh Gott! So wird das nix! Pixel Spass ist euer Mann, wenn ihr einen Freund sucht. Äh, nein. Suchst du keine Freunde, Pixel? Ne, ich suche keine Freunde. Hast du schon Freunde? Ich bin ein Einzelgänger. Ja. Okay. Muss man ja wissen. Ha! Goldbad aufgesammelt. Ha! Das ist ja krass. Ja. Wie geht's dir damit? Super. Geiles Gefühl. Ich fühl mich so richtig goldig. Okay Pixel, wir einigen uns darauf, dass wenn wir uns sehen, dann greifen wir uns nicht an. Ja. Da ist einer. Bis im Finale. Stabuliere ich weg! Stabulieren! Da ist Anne. Nam, 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 nam. Anne hat stabuliert. Oh Gott! Na, okay, guck mal. Mir läuft's echt nicht gut. Wäre nicht seine Aufnahme zerstört, sonst kriegt er wieder so viele D-Abos. Ich werde schon wieder... Pixel! Der Pixel! Da, da ist einer! Bei mir muss man einfach nicht zuschauen. Doch, doch. Das ist alles eine Frage der Übung, Pixel. Ach, hier gibt's keine Workbench in der Mitte, ne? Anne! Yay, Anne! So! Bist du schon tot, Pixel? Ja, dachte ich doch. Bei mir muss man nicht gucken. Doch, guck mal bei Pixel vorbei. Hier gibt es nichts zu sehen. Oh, danke. Gehen sie weiter. Wurden kräftig durchgemischt. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Wo war denn nochmal ne Workbench hier? Ist dir jetzt ja nicht so viel geholfen, irgendwie. Ich verfolge jetzt den lieben Goro, natürlich. Ich brauch ne Workbench. Natürlich! Warum sollte man auch Anne zugucken? Richtig. Oh! Goro hat das alles. Der hat ja auch meine Spieler getötet. Das sollte ich... Achso, da. Ja, aber... Was mach ich jetzt hiermit? Goro ist einfach cooler. Da hinten ist einer. Ich muss kurz aufpassen. Hat er nicht gesagt. Was machst du denn da? Einfach cooler. Ups. Goro! Yeah! Den hat er weggemacht, Leute. So richtig geschlachtet hat er den. Ich brauch ne Workbench. Da unten ist doch noch einer, oder? Ah! Oh Mann! Ich hasse Klettern! Da ist jemand! Den hol ich mir jetzt! Hallo! Gib ihm! Wo ist denn hin? Da war doch grad noch einer. Wo war der noch? Deckt sich! Na 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 na! Das ist der Armboss, den ich vorhin mir verdient hab hier. Aber da ich im Gebäude war, ist der mir nicht auf den Kopf gefallen. Oh! Schießt da jemand auf mich? Ja! Aha! Komm her du! Ach! 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 Hast du ne Workbench? Das hat jetzt nicht gerechnet ey! Boah! Diese Legs hier machen mich echt fertig. Ja du bist eben echt zurückgebackt, ganz schön. Jackpotkiste! Woohoo! Das war ja cool. Nimm den Goldapfel, ja. Hier drüben liegt noch Fisch. Habt ihr schon so viel Essen? Da, ja. In der Workbench. Ah! Geh mal runter da! Ja toll! Bist du ne Workbench? Goro muss erziehen noch ey! Seine Katze. Katzenprobleme. Außerredet mit seiner Freundin natürlich. Das kann natürlich auch sein. Geh mal runter! Geh mal runter da! Aber mit der würde er ja nicht auf Deutsch sprechen. Doch, damit ich hier richtig... Beziehung geht nur auf Deutsch. Beziehung geht nur auf Deutsch. Nur deutsche Beziehungen sind richtige Beziehungen! Das ist mein Start an 30 Sekunden. Jo, easy für mich. Äh, kein Ding. Easy Game, Leute. Wie würdest du das denn dann sagen? Was? Lieber Goro. Was würde ich wie sagen? Na geh mal da runter. Grunde ist das mal. Entschuldigung Gesundheit. Ja. 10 Sekunden. Äh, wie ist das mit diesem Heiltrank? Den nehm ich da vor, oder? Oh. Welcher Heiltrank? Mach's einfach mal. Arne, du wirst geklappt! Yay! Arne, hör mal auf jetzt! Okay. Der hier hat nämlich nix. So, aber jetzt. Jetzt dann... Dann heilen wir uns jetzt erst hoch, oder was? Gibt's hier ne Workbench? Nee. Ja, warte mal bitte, dann... Ich hab grad nicht angegriffen. Na, gibt keine Workbench. Hauptsache ein Kompass liegt hier rum. Ja, also wenn ihr dieses epische Duell aus dritter Perspektive sehen wollt, kommt er bei mir vorbei. Okay. Genau. So, Arne, bist du bereit? Mh, warte, noch nicht ganz. Ähm. Arne. Jetzt. Jetzt? Ja. Aua. Aua! Komm raus! Wie viele Feile hast du denn? Hunderte! Aaaaaaah! Jaaaaaaah! Ich bin der Highlander! Kräften! Oh! Get it, Goro! Da hat er mich überrascht mit seinem Gescheid. Ja, geschrien hat. Ich hab den extra noch lauter gemacht. Unglaublich. Unglaublich. Leute, vielen Dank für's zu sehen. Lasst ein Like da, wenn's euch gefallen hat. Schaut bei anderen Pixel vorbei und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss! Tschüss!